Moin Moin, Tag 28! Willkommen auf Zielgeraden. Ja, ich gehe jetzt einkaufen. Ich kaufe ein bisschen gehobeltes Holz für die Unterkonstruktion der Bänke. Dann werde ich die erste Bank links, die etwas kleinere, schon mal anfangen zu bauen und mal gucken, wie weit ich heute komme. Ja, ich lasse mich mal überraschen. Also erstmal einkaufen fahren und dann jetzt mit großen Schritten. Also bis heute Abend. Tschüss!